Boah, Digga. Boah, Junge. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, was hier passiert, Leute, bei PogWats. Und das das gibt's und das das wird hier. Weniger und ich werde den Cross-Effect alles sprenken, was du hast, anlässt. Ich hab's gemacht, Riefers. Ich hab 500 Euro für Minecraft bezahlt. No way. No way, no way, no way. Warte, 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 warte. Digga, sag mir nicht, dass... Boah, Digga. Boah, Junge. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Was denn? Das Tor. Halt's Maul. Digga, was? Das ist ja eine 12 von 10. Der hat das Design, was ich da angefangen hab, einfach nochmal komplementiert auf Überflex. Digga, oh, ist das geil. Oh, Digga, Roma hat... Ich schwör, ich komm gleich. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Das ist nicht wahr. Was ist nicht wahr, was hier passiert, Leute, bei PogWats. Das ist ja wohl mal verrückt geil, das Tor, oder? Spark. Also, ich hab das ja innen gebaut, den Teil. Aber was cast... Warst du das mit dem Turm-Cast-Crafter? Das war echt gut. Alter, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Komm ich darauf nicht klar. Das ist doch wohl das insaneste Tor überhaupt. Ich liebe es. Ich liebe es über alles. Ich will es auch sehen. Ich will es auch sehen. Ey, Kars, wirklich. Wie findest du mein Tordesign? Ja, Geist ist krank. Aber jetzt mit dem Türm ist es ja wohl ganz verrückt, oder? Geist ist krank. Nee, die Türme hat Kars einfach dazu gefreestylt. Digga, das geht hier Hand in Hand. Wir sind so. Boah, Kars, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Boah, Digga, ich sag... Nee, das ist... Nee, 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 nee. Nee, ich kann nicht chillen. Das ist too satisfying. Oh, Junge, das ist too satisfying. Wie findest du das, was ich hier gebaut habe, Kars? Das hier mit diesem ganzen Brunnen und so? Ja, geil. Auch geil, oder? Auch geil. Und jetzt können wir hier den Marktplatz grinden. Ich habe auch hier so eine Lianenfarm gebaut. Ja. Und Dreni, weißt du, was auch noch geil ist? Was denn? Ich habe mich um Quarz gekümmert. Nein. Nein, hör auf, Fuck. Erzähl es mir. Wie viel haben wir? Äh, ich weiß nicht, so 10, 15 Stacks auf jeden Fall. Also, man kann erst mal loslegen. Digga, das riecht nach... Na, das riecht nach... Oh, Digga, das riecht nach... Na, nach Bauen. Boah, ich war noch nie so geil wegen Minecraft. Tobi? Dafür kann ich den lehren. Warum baust du eine Bombe in meinem Haus? Ich baue keine Bombe in meinem Haus. Digga, ich wäre dafür gebannen. Was? Ich mag das nicht. Ich wäre eher so gebannen, wenn ich die in dein Haus baue. Ja, aber du baust ja eine Bombe in meinem Haus. Nein, tue ich nicht, nur weil dein Twitch-Shit das sagt. Vielleicht war es auch ein Trick von mir. Was für ein Trick? Ja, ein Trick, dass ich... Ähm, keine Bombe mehr bau. Okay, guck mal, kleiner Life-Fact. Ey, wo geht's hin? Ich hab Phobie. Voll aus dem schiricke Haus, das du gebaut hast, aber, oder? Das ist echt cool. Hast du es irgendwo im Internet gefunden? Nein. Doch. Nee, also doch. Also, die vorderseite, ja. Aber schöne Nachbarn hier. Digga, können wir das mal wegmachen, wirklich jetzt? Okay, pass auf, Rebi, ja? Ey, wir brauchen das Quarz. No joke. Wir zünden das später mal an. Mach den Zaubertrick. Nimm mal diese Enderperle. Ja. Vertrauen mir einfach. Jetzt wirfst du... Warte, du musst aber dann Abstand halten. Du wirfst jetzt hier unten rein. Ja, Digga, das kenn ich schon. Ich muss hier runtergucken und jetzt... Das hast du falsch gemacht. Du musst sie von hier oben reinwerfen. Ich hab leider nur noch eine Enderperle. Gebt ihn her. Okay, Digga, bitte klappt das. Das wäre absolut peinlich jetzt gerade. Okay, einmal hier so reinwerfen, nach unten. Dann einfach stehenbleiben oben. Okay. Okay, guck mal, warte, warte, warte. Nichts machen, die schwimmt jetzt hier, ja? Ja, ja, weiß ich, ich kenn das. Kannst du überall hinfliegen, wo du willst. Ja, und dann teleportierst du mich zurück. Ja, da kennst du ihn schon? Das war so beliebt. Okay, jetzt bring ich mich zurück. Geht nicht. Spaß. Ja, das hat Spark in seiner Base viermal gebaut. Gut, ich bin mir gut müde. Was für ein peinliches Opfer, Alter. Ich ruf mal ganz kurz. Ist Reapers gerade live? Wahrscheinlich, oder? Ja, ich ruf sie dann ganz kurz an. Reapers? Yo, was geht? Hier, bist du gerade live? Okay, chillig. Pass auf. Wir würden kurz sein Craft-Attack-Haus kaputt machen. Ist das okay? Bro, wirklich, du spielst doch nie wieder dieses Projekt. Sei ehrlich. Ja, wir brauchen die Materialien und den Space mal wieder, ne? Klar. Platz ist rar. Und wir würden jetzt einfach... Ich habe auch noch kein Video für morgen, wenn ich da reinschreibe. Wir haben sein ganzes Haus abgefuckt. Mega geil, Reapers. 100 Zap-Gifts. 100 Zap-Gifts? Das sind 500 Euro. Bist du geisteskrank? So viel mache ich nicht mit einem Video. 100 Zap-Gifts. Wie willst du denn... 100 Zap für dieses Haus? Also, Reapers, jetzt... Digga, nee, jetzt komm ganz ehrlich, Digga. Komm. Ach, Reapers, Digga, komm mal, du spielst doch nie wieder. Ach doch, bestimmt. Nein, Digga, das ist doch unnötig. Jetzt komm, Digga, wirklich. Nee, nee, das geht nicht. Scheiße, du kriegst voll viel Hate, wenn du das nächste Mal live bist dann. Das ist okay. Das bin ich gewohnt. Ich bin der Typ, der die Rolex-Wort-Trimax-Sauber macht. Was glaubst du, was ich kriege? Nein, Bro, jetzt komm jetzt mal unter uns. Du machst jetzt hier so Jokes, so haha, hihi. Aber du gönnst schon, oder? Du bist ja ein Ehrenmann. Ich meine es voll ernst. Ey, können wir wenigstens den Drachen abbauen? Ähm, warum den Drachen? Digga, also, hier wohnen jetzt neue Nachbarn und die kotzen jeden Tag, wenn die rausgehen aus ihrem Haus, Reapers. Ich werde dich umbringen, solange du Craft-Attack spielst, wenn du irgendwas anfasst. Ich werde mich jetzt einloggen und dich töten. Hab was angefasst. Ich werde mich einloggen und dich töten, die ganze Zeit. Ich kann's sogar. Du wirst mich hassen und alle werden mich hassen, aber das ist okay. Das ist mein Ding. Ich beauftrage jetzt, Fabo, dich zu töten, wenn du dich einbringst. Ist okay, dann töte ich dir den Rust und lass den nicht in unserem Team spielen. What the fuck? Wie toxic, das geht nicht. Ey. Nein, Reapers, guck mal, Reapers, wenn der Drache weg ist, wir bauen das Haus geiler. Wir pimpen das, okay? Nein. Der Drache nur weg, komm schon. Nein, nein, ich kann nicht. Warum denn nicht, Bro? Das ist alles, was ich je gemacht habe in Craft-Attack. Mann, das sieht aber so sch*** aus, Digga, checkst du das nicht? Ja, das sieht so sch*** aus. Komm schon, bitte, Bruder, bitte. Was muss ich dafür machen? 100 Zappgifts. Alter. 100 Zappgifts und lass alles abbreiten. Sch***, ey. Ich gönne dir jetzt 50, okay? 100. 50, ey, Bro, überleg mal. 50 oder gar nichts, bist du dumm? Nein, nein, ja, dann gar nichts. Hä, wie dumm bist du, Reapers? Ja, das ist so. Hä? Ich bin nicht auch angewiesen drauf. Doch, du legst am Existenzminimum, what the f***? Ja, aber auf deine 50 Zappgifts bin ich nicht angewiesen, verstehst du? 100 Zappgifts und das Haus gehört dir. Weniger und ich werde den Craft-Attack alles sprengen, was du hast, alles. Und du baust da nichts Neues mehr hin? 75. Nein, 100, 100 und sogar dir einfach. Holy Sch***, du hast Quarz ohne Ende, wenn du mein Haus abbaust. Was weißt du, wie viel Arbeit das war? Das ist mehr als 8 Stunden Arbeit. Der Stundenlohn, den du machst in der Zeit, das ist das wert. Das kann man doch nicht machen. Hier sind Quarztreppen und Slaps auf, das lohnt nicht, glaube ich. Das ist nicht so wichtig, lass es einfach. Junge, nein. Rewi hat's gemacht, oder? Der redet nicht mehr, der hat's gemacht. Hat der gemacht? Rewi, oder? Ja, weil der von meinem Gehalt weg, sehe ich jetzt schon. Dann würde ich's auch machen. Ich hab's gemacht, Reapers. Digger. Ich hab's gemacht. Es gehört dir, feel free. Du kleiner, du dreckiger Hund. Weg mit dem Haus. Auf Wiedersehen. Ich wollte da bauen am Start von Craftsack, ne? Ich wollte da bauen am Start von Craftsack. Und jetzt wird's einfach abgebaut und das ist der freie Platz jetzt. Nein, der freie Platz jetzt für Tobi. Tobi, das hab ich für dich gemacht. Das stimmt gar nicht. Doch. Du hast ein bisschen... Dieses Haus in der Luft, und was soll ich denn da in der Luft bauen? Bitte, mach jetzt hier was hin, bitte. Wenn du jetzt hier nichts hinbaust, bin ich sauer. Okay, ich mach's. Das ist ja voll lustig, wenn du da kriegst. Geil. Wie geil, wir haben... Das ist der fetteste Deal überhaupt. Spark, ich hab grad für 500 Euro Reapers Haus abgekauft im Craft Attack. Wie reißt das jetzt ab? Jetzt ernsthaft? Hab ich dir gemacht? Wenn du das jemandem erzählst einfach. Ich hab 500 Euro für Minecraft bezahlt. Für das Haus von dem. 100 Zackgift? Ja. Du hast ja auch die Kisten alle gekauft. Ja, ich hab dir alles gekauft. Ich hab alles. Was? Und die ganzen Chef-Strobel-Meterarzt. Oh mein Gott. Die Chef-Strobel-Bilder haben wir auch gekauft. Ja. Spark, komm her. Spark, komm her. Ja, bitte hin, Fabo. Bedien dich. Let's go. Digga, das ist ein Video-Titel. Ich kaufe dieses hässliche Craft Attack-Haus für 500 Euro. Und ich dachte, Trimix hat Pay-to-Win gemacht. War der Bett weg, da hast du ja nicht mehr gespawnt. Ja. Wie geil. Tobi, das ist jetzt dein Grund. Ich schätze dir. Ich will, dass Tobi sich hier ausbreiten kann. Wirklich. Ich hab's gemacht für das Video-Titel. Aber, oh boah, ich fühl mich grad so dumm. Aber ich hab's auch gemacht, Tobi. Damit du hier bauen kannst. Wirklich. Ihr wollt doch nur das Quarz haben, oder? Ja, auch. Ey, jetzt ganz kurz. Für den Content hier. Jetzt brauch ich Sub-Gift von meiner Community. Und jetzt kann ich das fordern. Alle jetzt mal einen Sub reingiften, Leute. Wir fahren den Hype-Train in den Nikolaus rein. Oder so. Slayer-Fibes, Israel. Dankeschön für eure Subs, Leute. Jetzt mal einen Prime-Sub. Alter, wie geil. Ihre Serial-Minecraft. Danke für die fünf Subs. 95 haben wir... Äh, jetzt sind nur noch 97... Ne, noch 93 sind nur noch übrig. Rock-Chrome. Dankeschön für eure Subs. Wie geil. Jetzt krieg ich hier das einfach... Oh, Shadow-Dow. Danke. Das ist... Ey, Leute, man muss auch mal investieren. Ich sag's immer wieder. Echte Unternehmer investieren doch einfach mal. CW, 22 Chris. Danke. Colin Koko. Dankeschön. Timejumper 666. Timo 1703. Dankeschön. So ist das einfach... Also, ihr seid wirklich die Besten, Leute. Meccano 23, 22, 23, 23, 23, Digga. Dankeschön. Maximilian Sellmann. Dankeschön für eure Subs. Für die ganzen Gifts, Leute. What the f... Ihr Serial-Minecraft. Nochmal fünf Subs-Gift. Vielen Dank, Bro. Es ist doch insane. Alter. X-Minion-Girl. Dankeschön nochmal. Minion. Dankeschön nochmal für fünf Sub-Gifts. Mega geil. Danke. Geil, Leute. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also, alles in allen, muss man ehrlich sagen. Kazernski, Leute. Sie steht. Sie steht absolut insane wie eine Nummer eins. Die echte Nummer eins. Die erste Nummer eins. So, Leute. Und jetzt, das nächste Project wird Big O AF, weil es ist das Schloss. Uhr. 4, 5,5-6,5-5,6. 5. 5,6-5,5-6. 6,6-6-7.